. Ganz sicher. Aufm Klo! Beamte. Da muss man von Staats wegen Ausgleich schaffen. Entweder Kohle oder Urlaub, ne? Ach, ne. Selbstgerechten Polizisten, wie du's bist, nicht immer klar zu sein. Verdammt noch mal, sprich mit mir! Steht vorne drauf, Juni 1998. Aber kontrovers diskutiert wird der Artikel noch heute. Kein Wunder. Jetzt übertreiben Sie doch nicht, Herr Castor. Dann nagel ich Ihnen recht persönlich eine Dienstaufsicht. K.O.K. Kim Schwarz. Tag. Guten Morgen. Und K.O.K. Sabine Hertel. Hi. Guten Morgen. Herr Stead, ähm, ich mein, Jan auch hier? Er hat zu tun. Aber er freut sich sehr, dass du wieder da bist. Das von Entgegenkommen in meinem Fall, wenn ich Ihnen weiterhelfen sollte. Davon kann überhaupt keine Rede sein, Herr Grabstetter. Wer kann's denn, ob Sie überhaupt laufen lässt? Frau Morgenstern? Meine Herren? Wir suchen dich, Sanna. Gestern war's nicht bei der Arbeit, heute tauch's auch nicht auf. Wunder mich. Ich sage aus, versprochen. Jetzt brauche ich ein bisschen Zeit für mich. Du bist ...